Als Freischaffende bringt er besondere Fähigkeiten mit. Was ist das? Powernap, du sagtest alles sauber. Ich sagte vorne alles sauber. Ah. Hinten vorn falsch richtig. Falsch richtig. Egal, können wir. Also, was liegt an? Etwas ziemlich fieses wurde gestohlen. Und das darf nicht auf den freien Markt gelangen. Wer ist der Käufer? Greg Simmons. König der Waffenhändler. Oh, so viele ernste Gesichter hier oben. Diesen Fisch fängt man nicht mit konventionellen Ködern. Verzeihung, und der Köder wäre? Danny Francesco. Der Filmstar. Greg Simmons, Lieblingsfilmstar. Und wie kriegen wir den? Erpressung. Ah, ja. Wunderbar, weitermachen. Die Welt verlangt nach Ihnen für Ihre bislang größte Rolle. Wer sind Sie? Ihr neuer Manager. Es liegt eine prekäre Situation vor zwischen Ihnen und Ihrer Schwägerin. Ich liebe meine Schwägerin. Ja, Danny. Das kann man deutlich sehen. Kein Grund nervös zu sein. Kein Grund nervös zu sein? Das sind ja nur Killer. Du bist Schauspieler. Spiel. Okay. Ich bin bereit. An die Arbeit. Würde mich bitte jemand kneifen? Ist das Danny Francesco? Ihr nächstes Projekt? Ich spiele einen mysteriösen Selfmade-Milliardär. Sie beschreiben gerade mich. Seien Sie mein Schatten. Tun Sie, was ich tue. Was immer ich tue, die Luft. Wer auch immer an Greg verkauft hat, er war gestern anwesend. Die Ukrainer. Bei denen dring ich locker ein. Hoffentlich führst du sie erst zum Essen aus, bevor du eindringst. Sexuell. Jetzt erschießen sie dich. Dann erschieß sie vorher. Ordentlich. Was ist passiert? Er hat dich erkannt. Orson Fortune. Ein sexy Name. Wir sind aufgeflogen. Am Arsch. Was soll ich tun? Unser Sternchen wird verglühen. Du hältst Danny Francesco auf. Du hältst Greg Simmons auf! Ich kümmere mich drum. Was hast du damit vor? Ich werde auf sie schießen. Es hat dich niemand gesehen. Ja. Also ja, es hat dich niemand gesehen. Ja. Ja. Oder ja, es hat dich jemand gesehen. Ja. 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 Ja.